Scheiße. Das ist übrigens immer hier bei den Screams so. Es klappt selten mal was. Okay, mit diesem Gefährten ist es ein bisschen zu Fuß schneller, ja. Was zur Hölle ist dieses Spiel? Was zur Hölle ist dieses Spiel? Ich verstehe es einfach absolut nicht. Okay, wir haben noch die Hüpfburg. Eine Chance. Die Hüpfburg. Okay, hier noch nicht. Ah, warte da. Oh Gott. Steig aus. Steig aus. Äh, steig aus. Warum macht das Ding so Geräusche? Das ist doch gar nicht, das kann doch gar nicht sein. Die Oma-Roller-Rentner-Forsch. Ah, ist das Gefängnis, da waren wir schon drin. Okay. Okay, warte. Das ist echt mit der Steuerung ist so ein bisschen, glaube ich, wie bei Octodad. Nein. Ach. Fuh. Fuh. Ich gehe jetzt rüber. Achtung. Poops incoming. Nein. Ah, doch. Das mit dem Springen, das klappt auch nicht wirklich, ne? Ich kann nicht wirklich hochspringen. Das geht. Das Agro-Tampolin. Ja. Wirst du nicht, dass man draufhüpft? Du musst nur aufpassen, dass du dich nicht geschwindig überentscheidest, sondern den AOK-Shopper nutzt. Das wäre so lustig, wenn das, also wenn das funktionieren würde. Sorry, ich würde so lachen. Da waren wir auch schon drin. Papp, 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 papp. Aha. Eine Kanone. Eine Hüpfburg. Aha. Was ist das denn da hinten? Könnte ein Tor sein? Zu einer anderen Welt? Man weiß es nicht. Warum spiele ich das? So. Okay. Ich will doch nur auf eine Zeppel liegen, ne? Fertig? Los! Ich furze, ich furze, ich furze. Aber er macht's nicht. Jetzt! Okay. No. Hey, cool. Musik. 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 Ich seh noch was. Moment, erstmal. Ich brauch die Musik. Okay, die Musik kommt sowieso mit. Wollt ihr jetzt mal lachen? Das kann einfach nichts werden. Also Steuerung ist schon echt schwer. Komm, das geht doch auch so, oder? Ja. Ja. Nein. Ja. Nein. Oh Gott, Agro-Trampolin. Okay, warte, ich mach's mal direkt... Ich mach's mal ganz irgendeinen Ghetto-Frosch. Okay. Es hätte klappen können, oder? Ich bin mir nicht verprogrammiert in sowas. Ich hab keine Ahnung. Ich werd mich auch das nächste Mal, wenn wir's nochmal spielen, echt ein bisschen besser erkundigen noch. Weil der Stream war ja heute sehr spontan. Okay, warte. Aha. Nein, irgendwie klappt das alles gar nicht. Ich will jetzt wissen, was da hinten am Tor ist. Oh Gott, wo kann ich mich denn noch hinschießen? Da war ich auch noch... Was ist das alles? Oh. Nicht in der Nähe der Festsaal, bitte. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Nicht! Typ, bitte mach das doch nicht. Da kann ich darauf und dann darauf. Okay. Hört ihr das? Ist das eine Waffe vielleicht? Wir hatten ja letztens auch eine Waffe. Okay. Ah, kleck mich doch. Scheiße. Nimm die Musik mit. Ja, ich muss ja noch... Nehme gleich nochmal da hinkommen, vielleicht. Ich möchte aber eigentlich wissen, was wir hier hinten... Also hinter uns da. 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 Da möchte ich hin. Könnte ich eventuell... Homa... 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 1,2,4. Vielen Dank fürs Subscriben. Dankeschön. So. Hä? Wieso auf einmal so hoch? Hui! Keine Ahnung, was das für ein Geräusch ist. Ich habe nichts gesehen. Wirklich gar nichts. Damit ich mich gegen die Kisten schießen lasse. Okay, ich gucke jetzt erstmal, ob wir vielleicht durch das Tor können. Weil eigentlich... Müsste das Spiel viel... Entschuldigung. Müsste das Spiel viel größer sein. Was ist eigentlich das Ziel des Spiels? Das ist Sandbox. Sandbox hat nicht wirklich ein Ziel. Ich glaube auch nicht, dass man hier bauen kann oder sonst was. Ich glaube, man kann hier einfach nur... Naja, wie im Sandkasten halt alles ausprobieren und alles spielen. Eventuell gibt es sogar ein Ziel. Mich würde es eigentlich nicht wundern, weil das Spiel so bekloppt ist. Aber keine Ahnung. Kann ich hier nicht sagen. Lasst mich bitte rein. Bitte. Ich will hier weg. Lasst mich bitte rein. Nein, wir dürfen nicht. Ob wir das Tor wohl irgendwie aufkriegen? Was ist das? Hier. Das ist für das Tor. Oh. Man kann sterben? Okay. Das ist also für das Tor. Man kann offensichtlich sterben. Ich will das bitte noch mal machen. Find the green button to activate weapons. Aha. It's on the building with the fly picture. Fly im Sinne von Fliege oder aber wo? Seht ihr das irgendwo? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich möchte bitte... Da laufen Leute auf der Mauer. Wieso laufen denn da Leute auf der Mauer? Was ist denn da los? Seht ihr das? Das ist so strange. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich gehe einfach mal... Hier Richtung Trampolin. Die Richtung ist natürlich verbaut. Ja, das klappt natürlich so nicht. Nein. 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 Und tschüss. Ich soll... Das Gebäude mit der Fliege... Auf der Mauer, auf der Lauer... Auf der Mauer laufen Leute. Auf der Mauer, auf der Mauer laufen Leute. Das sind Chinesen. Was? Mit der Fliege. Hier ist mein Auto. Also wir spielen es ja heute nicht so lange. Aber ich würde zwar gerne ab und zu dann mal einen Stream spielen. Das nächste Mal ein bisschen informierter. Frog is strange. Was? Wie sind das Essen? Was? Wie sind das Essen? Und wie sind die Jäger? Oh Mann. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich gar nicht machen. Das ist auch so sehen passiert. Das Gebäude mit der Fliege. Was? Wie sich da oben einer... Achso, ich dachte, da steht einer, wie sich umbringen da oben auf dem Gebäude. Oh, scheiße. Das geht doch nie im Leben, oder? Guck mal, ich habe hier so einen schönen geraden Weg. Sollen wir das mal probieren? Nicht das Spiel mit Life is Strange vergleichen. Ja, es kam gerade aus dem Chat. Es kam gerade aus dem Chat. Aber ja, es hat sehr viel Ähnlichkeit. Ich weiß genau, was ihr meint. Das Auto ist eigentlich schnell genug. Oh. So. Keine Sorge, der lebt noch. Dann wollen wir mal. Okay. 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 Ja. Das klappt alles wunderbar. Es ist einfach, es ist einfach der absolute Wahnsinn. Stopp. Ach, das war die Autotür. Das Gebäude mit der Fliege. Bin ich blind? Hey, hör auf zu pupen. Go, 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 go. Nein. Ich möchte mir nur das Plakat angucken. Und dann möchte ich gucken, ob ich hier rein kann. Ja, okay. Gut, die schlafen. Die Polizisten laufen aber freiwillig vor das Auto, oder? Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich kann da also voll nichts für. Absolut nicht. Was ist das? Hatten wir das auch schon? Guck mal, was da drin ist. Da sehe ich Pfeile. Und was ist das denn? Ist das ein Racki-Werfer? Was? Huch! Was war das? Was war das? Ich drücke keinen Knopf. Okay. Das ist Munition. Ich möchte aber die Waffen bitte haben. Aber dazu muss ich wahrscheinlich erst... Guck mal, ich lehne mich nur dagegen. Ich drücke keinen Knopf. Ich lehne mich wirklich nur dagegen. Und kriege dann das. Na, komm, 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 nochmal. Dieses Spiel. Was ist dieses Spiel? Es ist so seltsam einfach. Es ist so seltsam. Ich denke, hier können wir nicht rein. Da oben ist ein... Ah, die müssen wir sammeln. Okay. Okay, okay, okay. Die Frage ist nur, wie kommen wir denn jetzt... ...da oben hin? Den Bus hatten wir, glaube ich, auch schon, ne? Brauchst du, der wird in einen Schraubenschlüssel... Das habe ich auch schon gedacht. Aber der Schraubenschlüssel wird hier auch, ähm... Ich meine, ich glaube nicht, dass hier irgendwas logisch ist, aber... Der Schraubenschlüssel würde halt auch, äh... Strom leiten. So mache ich das bei Automaten auch immer. Ja. Kommt immer alles raus. Boah. Das hatten wir damals. Das war in der Ausbildung. Wir hatten dann einen Automaten. Und da haben wir uns irgendwie immer alle Twix geholt. Ne, Twix und Mars und sowas. Ich habe immer einen Twix geholt. Warte. Okay, Leute. Moment, das könnte klappen. Ah, scheiße. Okay, warte. Warte, lass mich ja kurz... Hey. Ja. Okay, warte. Ich wette, ich schaffe das gleich. Ich wette, ich schaffe das gleich. Ähm... Und eines Tages kam ja und meinte, ey... Äh... Irgendwie Twix waren ein Euro, glaube ich. Und dann ohne Scheiß, ich habe gerade nur ein Euro reingeworfen und habe sechs Twix rausgekriegt. Und ich kann euch mal sagen, dieser Tag wurde für uns alle so krass schokoladig. Das war einer der schönsten Tage in meinem Leben. Nein, aber... Das war so lustig, ich weiß nicht. Ich habe auch einen Euro und dann... Eigentlich sollte man das ja nicht machen. Aber die Schule hat danach... Also die Schule, beziehungsweise... Weiß nicht, kann man sagen, Art Berufsschule? Weiß nicht. Ähm... Hatte danach, äh... E geschlossen. Die Gibbet nie mehr. Und, äh... Da hat man einfach den Automaten mit leer gemacht. Das ist doch voll cool. Wiii! Oh, Ariane, jetzt nicht... Was ist das da? Ich will das haben! Nein! Ich muss da hoch! Habt ihr das gesehen? Okay, warte. Ich weiß, es kann jetzt etwas dauern. Ich konzentriere mich nur. Warte. Yeah! Geh, 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 geh! Ja! Ja! Okay, geil. Was ist das? Nein! Das ist gar nichts! Das ist nur aufgemalt! Die Arschlöcher! Scheiße! 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 Okay, warte. Und auch, Car-Shopper, natürlich! Oh! So ein Scheiß! Jetzt muss ich hier gerade auf den Chat warten. Warte, so, die brauche ich ja eh, die Dinger. Ich werfe den mal runter, damit ich den gleich aufsammeln kann. Geh nicht kaputt! Penner! Penner! Der PNG-Fail! Hey, der... Das hat nichts mit dem PPP zu tun! Ohne Scheiß! Ich dachte, jetzt ist das hier die Waffe passend. Das hätte so gepasst einfach. So ein Scheiß. So, was haben wir denn hier oben? Ist das auch wieder einfach nur ein Bild? Scheiße, das Spiel mobbt dich. Total! Total! Das ist einfach nur ein Bild, okay. Aber guck mal, wir werden jetzt gucken, was man hier so Schönes machen kann. Ah, Ohren bluten, ein paar Hände zu laut. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich kann es leider, wenn ich so einen Ausraster habe, dann kann ich es halt... Ich weiß es halt vorher nicht. Aha. Balkone. Das ist ja sehr verdächtig. Und da oben können wir auch noch irgendwie drauf. Nur wie? Ich glaube... Leute, ich glaube nicht, dass du das mit den AOK-Shopper machen musst, oder? Was spiele ich denn hier? Muss ich das echt mit den... Huch! Ich teste es erst mal. Dieses Spiel, ne? Ohne Scheiß. Dieses Spiel. Das geht eigentlich sogar ab. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich fahre von hier aus, nimm die Kurve und versuche dann aufs andere Gebäude zu fahren. Nein, die sind zu langsam. Ja, sind sie, aber irgendwie klappt das hier total gut mit denen. Boah, die sind getunt! Oh, wie krass. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Das hat keiner gesehen. Alles in Ordnung. Keiner hat es gesehen. Soll ich es nochmal... Nein? Soll ich es nochmal auf den... frocke ist was? Ja, Tony Frobs AOK-Skating-Art schreibt, äh, Early. Wie heißt das denn? Ja. Ja, auf jeden Fall. Okay. Okay, warte, warte. Ich weiß genau, was ich tue. Ich werde es schaffen. Nein, 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 noch nicht. Noch nicht. Das ist es noch nicht. Ich weiß. Okay. Ich glaube, ich brauche vier. Viermal. Viermal. So. Scheiße. Okay, war das noch nicht gut? Okay. Ja. Ja, okay, warte. Ach, sie dreh dich. Was ist das? Oh, wow, okay. In die Wolke. Scheiße. In die grüne Wolke. Komm, da unten ist sie noch. Das ist meine Aura. Ah. Nein. Was machst du denn? Warum furzt du rum jetzt? Bitte jetzt nicht furzen. Konzentrier dich. Wir haben es doch gerade so schön geschafft. Wir haben es gerade so schön geschafft. Okay, ich werde erstmal den hier machen. Ja, genau. Putz dich hoch. Oh Gott. Ja. Okay. Okay. Noch einer. Noch einer. Jetzt aber. Rüber, 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 rüber. Stopp. Nicht zu weit, nicht zu weit. Oh. Ja. Oh, scheiße. Ist doch nicht wahr. Jetzt bin ich hier falsch, oder was? Da komme ich doch gar nicht hoch, ihr Arschlöcher. Wow, das Spiel ist doch ein Mobbing-Spiel einfach. Scheiße. Eben und Eben an. Scheiße. Okay, warte. Keine Panik. Wenn ich nämlich jetzt hier runterspringe und es genau aufs... Ich bin guter Dinge. Nein. Ich bin nicht guter Dinge. Fail. Hey, gar nicht. Ich habe es voll geschafft. Okay, warte. Warte. Okay. Hey. Nein, 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 nein. Dreimal. Ich muss dreimal plus ein Furz. Ich glaube, dann bin ich drüber. Es ist auf jeden Fall sehr viel höher. Ich werde gleich Ben und Edge spielen. Ich schwöre. Ich mache nur noch das hier. Eins, zwei. Eins, zwei. Drei. Scheiße. Der war nicht hoch genug. Okay, wir haben es geschafft. Oh, ich schwitze so. Oh. Ein Dreier mit Furz. Ja. Warum? Wa... Wa... Warum? 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 Warum ist das los? Hier, Thumbnail. Warum? Versteht das jemand von euch? Ich räum mich auf den Boden voller. Aber warum denn jetzt die Mühe? Warum wegen Luftballons? Was soll das? Dieses Spiel ist doch scheiße, ey. Oh Gott, nein. Okay, wir haben jetzt halt 99 Luftballons. Wir haben jetzt die Möglichkeit hier auf... Was ist das denn da hinten? Seht ihr das? Was ist das denn da hinten? Da... Also ganz hinten in der Ferne. Das sieht aus wie ein geduckter AT-AT oder eine dicke Powerrüstungsstation. Keine Ahnung. Oh Gott, ich hab voll Bock voller zu spielen wieder gleich. Aber ich kann nicht. Keine Zeit. Hm. Ah, hier kann ich rüber. Und ja, da ist... Aber hier kann ich rüber. Ich guck die mal vorsichtshalber nochmal. Was ist da los? Okay, warte. Ich muss gucken, was da los ist. Leute. Oh Gott. Kate, 85 CH. Vielen, vielen Dank fürs Subscriben. Dankeschön. Boah. Boah. Okay, wir können da gleich nochmal rein. Vielleicht kommen wir ja so ins Gebäude und so. Aber was ist denn hier los? Hat er gerade einen Breakdance gemacht? Der da? I do all my own stun... Er macht Breakdance. Own Stunts. Ja, los. Mach mal. Was man hier immer so entdeckt, wenn man einfach nur rumläuft, ist echt wie bei Fallout. Nein, absolut nicht. Oh, Glück gehabt. Ja, endlich mal Glück gehabt. Okay, wir gucken mal gleich hier weiter. Ich geh mal gleich aufs Dixi-Klo. Schau mich nochmal hier um und dann gehen wir da gleich rein. Vorher nehmen wir uns nochmal die Herren vor. Ja. Was steht da? No, 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 no. Nein. Ich meine, ja, okay, aber... Was ist denn hier los? Was? Hä? Was zur Hölle? Leute. Was ist das denn für ein Spiel? Was war das jetzt noch, wenn ich hier... Ich checke einfach überhaupt gar nichts. Okay, warte. Ah, cool, das ist ein Fernseher. Den machen wir auch noch.